Willi, lass 10er. Ehrlich? Wir machen 10er? Machen wir. Ja, komm. Oha! Ich hasse die Map. Ich kenn die nicht. Bula. Metz, go! Ey, 6 Sekunden, ne? Ja. Okay, Willi um 10, ja? Ja, komm. Ist gut. Sind nicht noch um 10, oder sagst du keine Angelegenheit? Na ja. Mit Bots oder ohne Bots genannt? Sind Bots auch schwer. Okay, gut. Kurios oder Items? Die Bots auch schwer, die kriegt Sydney die ganze Zeit ab. Hä? Und das Formier? Auch Kurios genannt, die Items. Hä? Kurios oder nicht? Ja, eigentlich schon. Und was hab ich gesagt? Nicht du. Was ist das denn hier, Digga? Das bringt gar nichts. Boah! Kommt sowieso mal gar nicht für den blauen. Hoffentlich? Ja, immer. Ah, immer. Immer. Ja, aber das heißt ja, oder, das heißt, boah nix. Eine für den Block! Das sind alle drei vorne, die auch morgen zusammen sind. Ey, Motte! Ey, ich glaub mir, Medi, in der Map bin ich nix. Was sagst du, Willi? In der Map bin ich nix. Ey. Oh mein Gott. Schwierig, manche Gruppen. Ich krieg ne grüne Art. 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 Boah, oder? Der Monte ist so weit vorne, what the fuck? Ich hab mein Auto nicht. Ich hab erst das. Ich krieg diese Brötchen in der Hand und machen ein Comeback gerade. Oder wenn dann gleich noch eine für den blauen kommt, dann... Und Monte ist Mitte, ja, ja, ja. Ja, Monte ist unser Zugfeld. Hey, ich hab was! Das ist ne Rakete, Willi. Und die Münze! Ja, mach das halt. Haben wir noch ein paar wieder von mir. Komm mal nach hinten. Wir haben noch eine Rakete. Wir haben noch eine Zack-Zack, Alter. Ja. Warte, Tim. Willi, komm mal. Oh, ich bin einfach so ein Geisteskack. Ich bin scheiße am Fuß. Ich seh gar nix. Oh, ja. Kurz mal hier die Fronten. Ich muss weiter. Ja, du. Was ist jetzt los? Ich muss weiter. Es war schon vorbei? Ja, es ging voll schnell, ne? Das ist auch noch ein schlechter Spiel. Scheiß einfach auf der Sechs. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, Map ist Quatsch. Map ist echt Quatsch. Ja. War grad ganz schön lang, war ich die Runde, Digga. So abgehoben. Erste Runde, erster Platz, komm schon. Ein Tag Quatsch. Ja, ja, wollte ich auch grad sagen. Wie ist das Wort nicht eingefallen? Oh Gott. Ich kenn die Map nicht, Mann. Oh. Oh. Einfach so, mach doch einfach so, Amar, Bruder. Hat aber vorne auch geklappt. Wenn du einfach zu schlecht vom Gameplay bis, machst du einfach den View und Party. Ja. Ja. Spass. Spass, Digga. Du warst dann vorne halt echt gar nicht mal so verkehrt, Digga. Also auf jeden Fall besser als ich. War es auch nicht so schwer damit. Amar, grüß dich in Haus. Das sind echt nette Worte. Hey, ich spiel dir mit. Guck mal, guck mal, die Grünen. Nee, ich klipp am Arsch. Sehr schön. Gute Ruhe. Gute Ruhe. Gute Ruhe. Ja, hier unten geht's auch weiter. Kann mal jemand Willi holen, bitte? Kommt eh eine Fünfe raus. Hoffentlich. Nee, die. Ich bin ja immer noch vor dir. Ach nee. Ach man, diese Kurve. Sind ja, wo bist du? Ehrlich? 3. Lady? Ey, 4. Warum gehen die Rot an mir vorbei? Keine Ahnung. Warte ich. Das ist jetzt schon Teammodus für morgen, aber. Ey, Mann ey. Ey, 60 Pflanze. Wie leid da mal. Ja, war klar, war klar. Richtig. Gib mir ne Tröte. Na, was krieg ich? Bananen. Und jetzt fall ich wieder hinter. Schwer zu verkaufen. Er hat mir Tröte. Er hat mir Tröte. Er hat mir Tröte. Ich werd dich so jagen. Habe ich dich getroffen an der Tröte? Nein. Ja, hast du mich getroffen? Sehr gut. Sind ja, wo bist du? Wo wollen wir die? Da ist Fünfter. Okay, okay. Runde, wir können auch ganz entspannt machen. Jetzt krieg ich das Geschenk nicht. Ich fahr hier mein Ding. Wer ist Stress? Ich krieg Stress. Amma, schieß. Amma, schieß. Amma, schieß. Amma, schieß. Amma, schieß. Eine für den Blauen. Oh, Bruder. Das kann noch nicht sein, ne? Das kann noch nicht sein, Bruder. Gutes Karma. Gutes Karma. Gutes Karma. Gutes Karma. Man ist nur zu stoppen. Man ist nur OH. Ja, Monte, nein. Oh mein Gott. Ich bin vierter. Ich bin vierter. Was? Junge, wie schnell geht ihr uns? Ich bin vierter. Sidney auf der fünf. Was da passiert? Sidney. 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 Ist wieder ganz abgehakt auf dem Discord. Hör's nicht. Wir müssen auf der vier. Ich glaub der zwei, Bro. Ey, habt ihr noch eine Wettel auf dem Sid? Nee. Er hat's nicht gekaut. Zwei. Zwei Stück sind echt frech, Digga. Ja. Bei dir und bei mir, oder? Ja. Ich hätte dir vielleicht nicht auf ekelig die Tröte reindrücken, sondern hätte ich sie abwehren können, weißt? Ja, stimmt. Aber du warst mir zu dicht an meinem Polo, Digga. Das mag ich nicht so gerne. Hm. Fühl ich. Hm. Fühl mich Medi. Ja. Da muss ich auch gut lachen damit. Der Verschreiber von der Gruppe, den hab ich auch gefühlt, Digga. Fühl mich Medi. Nee, danke, Digga. Die Leute schreiben, fühl ich Medi, aber er hat reingeschrieben, fühl mich Medi. Okay. Ja. Ja, Gura. Hehehe. Chat, random Frage, wer benutzt Digga bei WhatsApp? Jaaaa. Jeder. Oh, Mann. Nee,ay. Digga, Vespa. Alle über 30, ja. Nein. Das ist auch egal, das ist坦ig. Big, 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 Mac benutzt hier auch was los. Hast du gerade Big Mac beleidigt? Jeder benutzt Digga. Die haben einfach keine kleinen Disps. ich habe den kulturschock mit sich bei mir ist einfach nur kaffeetassen siebter platz kommt und hat ja es will aber sobald eine rote kommt muss ich das ding aber jetzt kommt eine gerade perfekt die mich oder die wand kann man nicht erst mal der erste jemand von euch ein stern ich helfe ich arbeite mit dir ich habe ich habe ein blitz ich bin der luft aber das war eigentlich perfekt weil jetzt haben alle kein geschenk ich schicke mein gott ist sich willi also die ich bin auf der zwei Ich bin ganz hinter dir, mein Freund. Ich bin ganz hinter dir. Bist du bei mir reingefahren? Nein. Das Spiel ist verkauft. Das Spiel ist verkauft. Das Spiel ist verkauft. Ich bin Platz 9, Medi. Ich war Zweiter die ganze Zeit. Von wem waren die Bananen? Von wem waren die Bananen? Ja, ich würde nicht sagen. Aber ich war zuerst. Was, Willi? Zwei blaue wieder in die Runde, Digga. Jetzt ist hier alles entscheidende Runde. Ey, ich schwör, das ist geisteskrank. Das ist geisteskrank. Ich bin gleich weg. Willi, kannst du mal beweisen? Alles Gute, Digga. Das ist... Ey, das ist frustrierend. Ja, Liebe, meine Map. Was kam denn grad? Oh, Geil, Geil, Geil. Extra gewählt, wichtig. Ey, ich glaub das ist meine schlechteste Runde seit jeem. Was ist los? Ja, normal. Ja, glaub ich. Zehner Subrunde. Echt? Wie bitte? Ja. Aber nicht für die. Sind's aus retten, Monte? Ich doch nicht. Was wird zu retten, Badi? Neuer Kapp. Bisschen Geld. Oh, ey. Ja, können wir im nächsten Kampf von mir aus machen, Digga. Ja, wie gesagt, Mardi, ich steig auch ein. Ja, die, äh, ich auch gern da, ey. Ja, wenn du gegen Monte spielst, äh, ist... Sidney, aktueller Stadt... Äh, Willi, was soll das denn? Ähm, und du, Willi? Ganz klar. Oh. Was meinst du, Sidney? Ich glaub, bist du... Kann ich dir sofort sagen... Alter, Alter, der Typ! Der bist ich, Junge! Ich komm doch ab, ne! Junge Drecksau, Alter, ja! Sidney, wo bist du? Hm, ich komm. Ich sag, es kommen zwei für den blauen Versen. Würde ich dir das tatsächlich gönnen. Du bist bei mir aber, ne? Ah, ja, ich bin bei dir. Ah! Wichtig. Ich hab's dir eine für den blauen. Ausreizen, ausreizen, ausreizen. Hast du eine für den blauen? Nein, natürlich nicht. Achtung, Tim, Chef. Also, Stern ist so schlecht geworden in diesem Spiel, Digga. Au, au, au. Oh, besser als Stern. Ich lieb Stern, Digga. Sag's so, wie's ist. Ausreizen, ausreizen, ausreizen. Jetzt, komm. Komm, Blitz, Schicksalsschlag, komm. Komm. Nicht, noch nicht, jetzt. Blitz, 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 Blitz. Schicksalsschlag, schick. Echt. Eine für den blauen. Eine für den blauen, wichtig. Ja, Digga, ganz ehrlich, ich bin mir nicht mehr. Vergiss, Amar, äh, der, die, die Rakete, äh, der Stern, auf der Wii U beispielsweise, oder halt auch auf der ganz alten Version, äh, hat die nicht halt schneller gemacht. Auf der Switch-Version macht sich der Stern nicht mehr schneller, Digga. Das ist auch so... Nein, das ist so dämlich, Digga. Hallo. Das ist ein bisschen auf dem vierten... Yes! So wichtig! Jetzt zieh vorbei. Was? Digga, die Bronde ist gelaufen, Check. Einfach gelaufen. Für dich, Vali. Komm, gönn. Jetzt gönn. Jetzt gönn. Jetzt gönn. Jetzt gönn. Jetzt gönn. Jetzt gönn. Monte, du kleiner... Ich bin der Beste, ey! Ich bin der Beste, ey! Oh! Willi, du aufgeräumt! Hammer! Hammer! Let's go! Wichtig. Bis bei euch einfach. Willi, hast du angegriffen? Ja! Wichtig, Willi. Kurz. Ja, muss er auch mal hinten aufräumen. Hinten aufräumen. Ist wichtig. Oh, Sydney. Das werde ich mir im Negativen merken, Willi. Ja. Okay. Die will man nicht spielen, aber... Oh! Nein, bitte nicht. Ja! Gute, gute Map. Cool. Nice. Nein! Ich bin nicht umsonst Hamilton. Big Points! Big Points! Richtig! Okay. Score! Erinnert mich nochmal dran, dass ich die Reifen ändern muss, Motz! Ja, ich hatte vorhin ein bisschen experimentiert, weißt? Und der Seinkel. Sorry! Mach du mich! Ah, na, und dann ist auch... Wir waren nicht am Geh! Eine für'n Willi, nicht für mich. Eine für'n Willi. Seht nicht, hast du Bock auf eine kleine Bombe? Ich seh dich hier bei der hier. Nee. Warum trifft sie mich jetzt eher? Wichtig. Chat, wichtig. Wer ist denn das? Digga, das war aber mit Kommando Pro. Boah, ne Banane, what the fuck. Oh, die Nase. Ja, komm mal her. Willi nach vorne damit, ne? Willi, du bist dumm. Warte, 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 jetzt. Nee, 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 nee. Warte. Wichtige Map. Tamar, ne. Eine für'n blauen. Das ist so weit. Ist jemand, ist jemand. Warte, ich war da, mein Freund. Boah. Kann man ein bisschen Windschatten, oder? Komm, komm, komm. Sack Nase. Was war da mit? Und Pilz, Digi, hallo. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich seh nix. Jetzt ist ganz wichtig, Digga. Keine für'n blauen Meer. Digga, ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Wichtige Bombe. Was? Ich kann noch mitspielen. Aber das sieht gut aus, Digga. Wichtige Big Points. Oh mein Gott. Wichtige. Wichtige. Willi, du Schwein, du ekliges. Schämen solltest du dich. Ja, wir sind gut gemacht. Nee, gut gemacht. Medi noch. Guck mal, Alter. Ey, was sind wir jetzt hier, Willi? Let's go. Let's go. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte hab' ich? Äh, 58. Ich bin erster. Uff. Du bist erst auf der Base Zweiter oder ich nehme nicht am Achts weiter. Muss ich... Reifenarsch. Ja, im Cup kann ich die Reifen nicht ändern, Brudi. Willi, wir haben gleich stand, gell? Ja. Ach, ist mein schlechtester Cup, Medi? Same, same. Mein bester war 75. Okay. Interessant. Komm. Jetzt ist ganz wichtig, Digga. Das ist jeder Punkt wichtig. Jungs, die Teamchemie muss stimmen für morgen. Ja. Die stimmt, die stimmt. Wir haben auch noch einen inneren Konkurrenzpunkt. Aber wir könnten so bleiben. Wir könnten so bleiben. Was macht das denn, Chat? Hä? Hast du die kassiert, die rote? Ja, warum auch immer. Hat da hinten ne rote dran. Monte! Verpisst dich, Willi. Weg da an! Krus. Zeig wieder auf der 3. Der seh ich wieder nicht. Richtig. Ah, die Brühe hat 9 Punkte. Abstand. Boah, Monte! Ich hab's ganz genau gewusst. Willi, du klausst mein Geschenk. Mit dir, Monte. Ach, ich bin... Ach, Willi. Okay, okay. Willi, du. Du bist Dings, ne? Bist ein richtig cooler. Eine für Runte. Bro! Ja! Und weg! Ich hatte gerade ne Banane, aber ich konnte nicht schnell genug auswählen. Ist ja ne Scheiße. Egal. Ohhhh! Kopfschmerzen! Willi, was war das denn? Kopfschmerzen! Reicht dafür erst! Reicht, 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 reicht! Aber da kommt noch eine für Willi, Digga. Eine für den Braun. Eine für den Braun. Ey, davon distanzieren mich, Digga. Aber anders. Was hat er gesagt? Ich wiederhole es nicht, Digga. Hallo, wer macht'n da mit dem Bogen? Ey, du, Digga. Ja, meine. Wies, Blitz, 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 Blitz. Scheiße. Wie schnell explodiert die denn? Ich gönne doch jetzt, bitte. Eine für den Braun. Eine für den Braun. Einmal. Münze in meinem Po. Digga, ich hab' heut genug Donations, Mario. Spielts nach Badis, Digga. Ja, bei mir geht's noch, Leute. Brauchst du euch einen Donation? Ich bin käuflich. Bitte, gönn doch jetzt. Ah, naja, okay. Besser als gar nix, Digga. Aber wenn ich keine für den Braun kommt, Digga, dann bin ich wirklich sauer. S-Nr. Eine für den Braun, wer so big. Ich seh' nix. Versuch big. Wer so big. Ich seh' nix, ich seh' nix. Spielme an. Muss ich rexifieren. Bitte, gönn, bitte, gönn, bitte, gönn. Komm schon, shit. Nein, ich verpiss dich. Bitte. Ich krieg's geschenkt. Ich flieg einfach vorbei. Warte! Verpiss! Jaaaaaaaah. Egal. Aber ich glaub, wir sind gleich im Punkt. Wie viele hast du? Nee, nee, du warst viel weit vorne. Ach, scheiße. Richtig! Und richtig! Nice! Ach nee, die ist so dogshit. Oh, Willi! Ja, hab's grad gesehen, hä? Wie lief's? Ich bin jetzt im Pokal. Und damit würde ich sagen... Und damit würde ich sagen... Hallo! Jo, und jetzt... Hey, ich sehe es für die Community, nicht für dich. Oh, was? Willi? Ja, Community. Community-Subs, wow. Ey, so krank, wirklich. Ja, gerne. Hab ich nicht mitgerechnet. Ja, gerne. Ja, gerne.